Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Power-Podcast. Du bist hier gelandet, um dich weiterzubilden über Fitness, über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe heute eine sehr, sehr wichtige Folge für dich und freue mich heute mit dir über das Thema Wie kann man sein Gewicht halten nach einer Diät? Also wie schafft man das, eine Form und ein Gewicht zu halten, nachdem man eine Diät absolviert oder abgeschlossen hat? Das ist ein Thema, das viele beschäftigt und womit viele strugglen. Denn eine Diät kann für die meisten Menschen sehr, sehr gut funktionieren. Ich sage auch gleich nochmal, wie man überhaupt auf ein bestimmtes Gewicht oder in eine Form kommt. Aber das zu halten, das ist halt eben eigentlich das, wo der Job anfängt. Und auch das, womit ich persönlich lange Probleme hatte und dir einfach meine Erfahrungen mitteilen möchte. Und das ist eine Lernfolge für dich. Und ich teile dir hier eben auch meine Erfahrungen von mir mit, aber auch aus dem Coaching, aus meiner Arbeit als Coach. Und freue mich da heute mit dir, mein Wissen zu teilen. Also wie kommt man überhaupt zu seinem Traumgewicht oder in seine Traumform? Meistens erfolgt das über eine Diät, also einen Zeitraum, in dem du dich in einem Kaloriendefizit befindest. Das heißt, das Kaloriendefizit, das ist auf jeden Fall notwendig, um deinen Körperfettanteil zu reduzieren. Ja, du trainierst, du strukturierst eine Ernährung, du bekommst vielleicht ein Kalorienziel oder du arbeitest mit einem Meerplan, einem Powergirl-Coaching zum Beispiel, haben wir schon Meerplans und die haben schon ausgerechnete Kalorien, die dann, wenn jetzt eine Athletin zu mir kommt und sagt, ich möchte in meine Traumform kommen, dann stelle ich ihr ein Kaloriendefizit ein. Und der Meerplan beinhaltet halt eben weniger Essen, als sie verbraucht am Ende des Tages. Und das funktioniert für alle Menschen. Und da darf man auch nicht Angst haben, dass es bei einem nicht funktioniert, denn ein Kaloriendefizit sorgt dafür, dass du Fett und Gewicht verlierst. So, nun gehen wir mal davon aus, du hast eine Diät abgeschlossen und wir gehen auch mal davon aus, dass du keine Wettkampfathletin bist, weil in dem Rahmen wäre es gesundheitsbeeinträchtigend, deine Endform zu halten. Manche machen das vielleicht, aber die fallen damit dann eben auch aufs Gesicht. Und das ist gesundheitsbeeinträchtigend, aber wenn wir davon ausgehen, du warst ein bisschen chubby und bist jetzt trainiert, hast einen geringeren Körperfettanteil und möchtest das halten, dann ist die Folge genau richtig für dich. Also, wenn wir jetzt die Diät abgeschlossen haben, dann ist es so, dass dein Körper auf einem anderen Niveau ist. Das bedeutet, also deine körperlichen Erscheinungen, dein Energieverbrauch wird sich wahrscheinlich reduziert haben. Einfach, weil du Gewicht verloren hast. Wenn du fünf Kilo verloren hast, zehn Kilo verloren hast, 15 Kilogramm, je nachdem, wie viel du verloren hast, senkt sich auch dein Grundverbrauch. Das heißt, dein Kalorienverbrauch, um dein Gewicht zu halten, ist jetzt ein anderer, als er vor deiner Diät war. Das musst du verstehen und das ist schade, aber du möchtest ja eben eine andere Form haben und behalten und das ist ein Teil davon. Zweite Sache ist, dass dein Stoffwechsel wahrscheinlich etwas unterreguliert ist. Das bedeutet, dein Körper, der möchte dich schützen, in dem Moment, wo du auf Diät bist, wo du in einem Kaloriendefizit bist, möchte dein Körper dafür sorgen, dass du die Funktionen behältst, die deinen Körper funktionieren lassen. Bedeutet, dein Verdauungssystem, dein Herz-Kreislauf-System, das soll alles noch funktionieren, aber dafür kann es sein, dass bestimmte andere Prozesse oder andere Quellen, wo Energie verbraucht werden würde, ein bisschen runtergefahren werden. Zum Beispiel bei einer Frau ist es eben auch bei den meisten so, dass in einer Diät oder in einer langen, harten Diät dann eben auch die Periode ausfällt, weil das braucht man jetzt nicht mehr, um den Körper zu erhalten. Also dieses Reproduzieren ist sekundär und ist nicht dafür da, die körperliche Funktion zu erhalten für das Individuum per se. Deswegen sind das zum Beispiel Sachen, die dann als erstes ausfallen. Also dein Stoffwechsel reguliert sich runter, dein Körper ist ein bisschen langsamer und du wirst dich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger bewegen, ganz unbewusst, einfach weil du weniger Nahrung zur Verfügung hast. Und das Dritte ist, was wichtig ist, oder das Vierte, wenn das Dritte die Aktivität ist, sind deine Hunger- und Sättigungshormone. Vielleicht haben dir Grelin und Leptin schon mal was gesagt. Grelin ist ein Hormon, was dir sagt, jetzt darfst du essen. Also es befindet sich im Magen und es ist das sogenannte Hungerhormon und es kann sein, dass durch ein Diät das ein bisschen erhöht ist und du einfach ein bisschen mehr Hunger hast, einfach weil dein Körper sich in dieser Stelle jetzt gerade auf einem anderen Niveau befindet. Dann dazu kommt Leptin, das Sättigungshormon. Das kann sein, dass das runterreguliert ist. Das heißt, du wirst weniger schnell satt werden, einfach weil dein Körper wieder in diese Homöostase zurück möchte, das, was du deinem Leben lang gezeigt hast. Also auch wenn das vielleicht ein Übergewicht war, dein Körper, der möchte eigentlich wieder dahin zurück, weil das ist, was er kennt. Und das, was du jetzt halt hast, das ist Gewicht reduzieren, Fett reduzieren, ja, das ist für den Körper neu, das ist für deinen Körper neu und das ist für deinen Körper in dem Moment auch eine Art Stresssituation oder neue, unkomfortable, ungewohnte Situation. Und dadurch, dass du mehr Hunger in dem Moment hast und weniger Sättigungsgefühl, ist es schon mal körperlich so eine Sache, die unangenehm sein kann und die dazu führen kann, dass man eben schneller wieder Gewicht zulegt. Ja, und das erst mal zu verstehen, okay, wie reagiert mein Körper? Okay, mein Energieverbrauch ist nach einer Diät wahrscheinlich reduziert. Mein Stoffwechsel, also meine Möglichkeit, eben Energie zu verbrauchen, zu verwerten, ist etwas reduziert. Mein Hungerhormon ist erhöht, mein Sättigungshormon ist gesenkt und gleichzeitig kann es sein, dass meine Alltagsaktivität ein bisschen reduziert ist. All das sind Dinge, die gehören dazu, die darf man verstehen. Das ist diese körperliche Ebene und die kann dazu führen, dass du eben nach einer Diät, wenn du wieder mehr isst oder ich sag mal in Anführungsstrichen normal isst, schneller wieder an Gewicht zulegst, weil dich diese körperlichen Signale, wie das Hunger- und Sättigungshormon, ein bisschen steuern können. Und dazu kommt natürlich, dass du einen herunterregulierten Stoffwechsel hast, dass dein Energieverbrauch ein bisschen tiefer ist und dass der Impact an dem, was du dann am Meer isst, größere Effekte in deinem Körper hat und schneller dafür sorgt, dass du entweder zunimmst oder auch Fett akkumulierst oder schneller Fett akkumulierst. Und das ist, sag ich mal, der Grund, warum viele halt eben auch nach einer Diät relativ schnell wieder zunehmen und eben auch eine Ausgangslage schaffen, die vielleicht sogar schlechter ist als die vor einer Diät, weil du halt schneller Fett zulegst. Also es ist das Risiko, das muss man verstehen, das darf man verstehen und auch hier gleichzeitig, eine Diät ist nicht mit dem Abschluss deiner Diät abgeschlossen. Ja, der Prozess endet nicht, nachdem du dein Zielgewicht oder dein Zieldatum erreicht hast. Er geht weiter, wenn es eben dein Ziel ist, diese Form auch zu halten. Darüber darfst du dir schon im Vorhinein Gedanken machen und dich darüber auch informieren oder dich damit beschäftigen, einfach was ist in deinem Körper jetzt gerade Sache und wie möchtest du damit umgehen. Und dafür ist natürlich auch die Folge für dich da, um das zu verstehen und für dich da, um dir Gedanken dazu zu machen. Denn es ist wichtig, dass du dir Gedanken dazu machst. Es ist wichtig, dass du dich darüber informierst und verstehst, wie dein Körper jetzt gerade reagiert. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen schwierig. Da denkt man sich so, eigentlich wollte ich ja nur geiler ausschauen und jetzt ist mein Körper irgendwie, ist mein Körper runtergefahren. Was machen wir denn jetzt? Nicht schlimm. Also erstmal das mit dem Hunger und Sättigungshormon, das reguliert sich wieder mit der Zeit. Also das wird nicht für immer so sein. Und auch nochmal hier eine interessante Info ist, Menschen, die aus einem Übergewicht kommen oder die aus einem etwas höheren Körperfettanteil kommen, die haben es subjektiv wahrgenommen, schwerer, ein Normalgewicht zu halten. Voll Normalgewicht ist immer so eine Sache, aber die haben es schwerer, zum Beispiel einen Körperfettanteil von 18% zu halten, als eine Person, die eh relativ schlank ist und einen Körperfettanteil von 18% hat. Die Menschen, die diese Gap haben, die von 25% Körperfett an 30% oder noch höher kommen und diesen Körperfettanteil regulieren zu einem gesunden Maße oder zu einem Maße, wo es schon relativ definiert aussieht, das ist für diese Menschen einfach schwerer, ja. Das ist subjektiv wahrgenommen, das ist auch evidenzbasiert, das ist für diese Menschen schwerer, weil sie eben diese hormonelle Regulation anders haben vom Hunger- und Sättigungshormon. Und das ist für den Körper in dem Moment ein bisschen anstrengender, das zu halten. Umso wichtiger ist es, da eben bewusst zu sein, was mit dem Körper funktioniert und sich auch gleich zu überlegen, was möchte ich damit anfangen. Wir haben jetzt diese körperliche Ebene einmal abgeklärt, ja, was man da macht und deswegen, das ist mir auch in meinem Coaching absolut wichtig, wenn du dein geiles Transformationsbild hast und deinen Prozess abgeschlossen hast, meinetwegen 12, 16 Wochen Diät, je nachdem, manche machen es auch ein halbes Jahr, ist der Prozess in deinem Coaching nicht abgeschlossen, sondern was mir besonders wichtig ist, ist die Reverse-Diät. Ja, also was macht man dann? Man steigert Stück für Stück die Kalorien, also man sorgt dafür, dass wir uns dann in einem, auf einem Kalorien-Level befinden, was dein Gewicht halten lässt. Ja, weil du befindest dich davor in einem Defizit, das sorgt dafür, dass dein Gewicht runtergeht und jetzt wollen wir die Kalorien wieder hocharbeiten auf ein Level, wo du dein Körper, wo du dein Körpergewicht halten kannst, wo du diese Form halten kannst. Und das macht man nicht von heute auf morgen auf einmal 1.000 Kalorien mehr. Ich übertreibe mal, sondern man macht das Woche für Woche für Woche, damit dein Körper wieder anfahren kann, damit dein Energieverbrauch wieder steigen kann, damit deine Aktivität wieder steigen kann. Ganz, ganz wichtige Sache, damit dein Stoffwechsel wieder angekurbelt wird. Ja, damit er diese Energie, die du dem jetzt mehr zur Verfügung stellst, wieder nutzen kann, um sie zu nutzen, um aber auch Muskeln aufzubauen, um auch, was für die meisten sehr, sehr gut sogar funktioniert ist, um noch weiter Fett zu verlieren. Weil in dem Moment, wo du dem Körper dann jetzt wieder mehr Nahrung gibst, ist er in der Lage, wieder Muskulatur weiter aufzubauen, weil wir uns jetzt in einem, ja, besseren Umfeld für den Muskelaufbau befinden, weil wir dem Körper mehr Nahrung geben können. Und das Cortisol-Level, also dein Stresszustand, sinkt sich, durch das ein bisschen mehr Energie, das du dem Körper gibst. Weil es ist schon ein Stresszustand von deinem Körper nach einer Diät, das ist für den stressig. Ja, geben wir dem jetzt wieder ein bisschen mehr Energie, entspannt er sich und das sorgt auch dafür, dass du dann wahrscheinlich nochmal Fett verlierst und gleichzeitig Muskulatur aufbaust und dein Stoffwechsel auf einmal wieder richtig angekurbelt wird. Und du wirst merken, du bewegst dich wieder ein bisschen mehr und du hast aber auch gleichzeitig mehr Hunger. Und das ist so dieser Zustand, eigentlich wollen wir den, weil wir wollen das nutzen, diese Phase, du musst dir vorstellen, dein Stoffwechsel wird wieder so bumm angefeuert und auf einmal wird alles wieder viel, viel mehr verwertet und viel effizienter auch verwertet. und du hast halt eben Hunger. Das ist so das, was unangenehm ist. Und ja, deswegen macht man das Stück für Stück, damit wir dem Körper wieder beibringen, mehr Energie zu verbrauchen. Das kann dafür sogar sorgen, dass du wieder ein bisschen mehr essen kannst, als du gewohnt bist. Am Ende, wenn man das halt eben ordentlich macht und dabei diszipliniert bleibt. und ja, es ist ein sehr, sehr guter Prozess, der aber echt disziplinend erfordert und mental sehr herausfordernd ist. Aber man schafft das, wenn man dort eben auch die Guidance hat, weil alleine ist das echt eine Sache, die ich glaube, sehr, sehr wenige Menschen sehr, sehr gut meistern können. Deswegen ist es mir persönlich wichtig, im Power Girl Coaching oder uns, der Kate auch, dass wir da nochmal einen besonderen Support leisten und da einfach auch schauen, okay, wir kommunizieren mit unseren Kundinnen und sagen, wie möchtest du denn deinen Lifestyle auch nach einer Diät behalten und was sind so die Dinge, die du da weiterhin umsetzen möchtest. Das ist so die körperliche Ebene. Mindset-mäßig und gedanklich ist das auch nochmal die andere Ebene, die das einem erschwert, diese Form zu halten. Denn für die meisten ist dann dieses unmittelbare Ziel nicht mehr da. Du wolltest gern Fett verlieren, du wolltest im Sommer geil ausschauen, hast es jetzt geschaffen, jetzt ist die Diät vorbei und du denkst dir so, okay, also dieses Ziel, worauf ich hinarbeite, ist erstmal nicht mehr da, das Datum ist nicht mehr da und Ziele geben dir grundsätzlich eine Richtung und die helfen dir dabei, Dinge wirklich zu verändern. Wenn du ein Ziel hast und auch wirklich weißt, warum du das möchtest, dann bist du eher in der Lage, Nein zu sagen, früher ins Bett zu gehen, dein Meal Prep zu machen und so weiter und so fort, als wenn du kein Ziel hast. Zweite Sache ist, dass du dich noch nicht mit diesem Körper identifizierst. Das heißt, für die meisten ist es nach einer Diät so, die Identität, dein Selbstbild, ist noch vor 6, 7, 8 Monaten die Person, die du dort warst. Du bist jetzt eine neue Person oder das ist jetzt ein Upgrade, aber du bist immer noch verankert und identifiziert mit deinem alten Ich. und du kannst dir einmal so eine Pyramide vorstellen und die Basis von all dem, was du machst, ist deine Identität, dein Selbstbild. Das ist die Foundation und darüber stapelt sich dein Glauben. Die Basis der Identität, darüber ist dein Glauben und damit meine ich glaube an dich, glaube an bestimmte Ernährungsformen, glaube an, wie du auf Kalorien reagierst, glaube an, wie du auf bestimmte Lebensmittel reagierst und darauf türmt sich deine Fähigkeit, dein Skillset, deine Fähigkeiten. Ich kann Nein sagen, ich bin diszipliniert oder ich bin nicht diszipliniert oder ich habe es schwer mit Süßigkeiten. Ja? Und darauf türmen sich deine Handlungen, alles, was du tust. Ja? Und das ist für dich ganz wichtig zu verstehen, dass eigentlich alles davon abhängt, mit wem, mit welcher Person du dich identifizierst und wer du glaubst zu sein. Und das ist natürlich ganz, ganz verwurzelt mit deiner Kindheit, was du gelernt hast. Das ist für dich wie so eine Art Programm und das ist immer wie so eine selbstverwirklichende Prophezeiung, weil du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, wann diese Glaubenssätze in dir entstanden sind und seitdem findest du in all deinen Erinnerungen Bestätigungen, Beweise dafür, entweder, dass du das kannst oder dass du es nicht kannst und das zu verändern oder erst mal überhaupt dahin zu kommen, sich zu überlegen, ey, ich kann das verändern. Wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht hätte? Wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich an mich glauben würde? Ja, dahin kommen die meisten Menschen gar nicht. Aber du bist wahrscheinlich weiter, weil du bist hier auf diesem Podcast gelandet und du kannst was verändern. Du kannst diese Bestimmung ändern und diese Programmierung ändern. Nur die meisten hören halt nach einer Diät auf mit all diesen Dingen, die sie gemacht haben und lassen los. Ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Balance, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Freiheit, ich muss jetzt mal ein bisschen frei sein. Ja, wohin kehrst du zurück? Du wirst mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, eh wieder das machen, was du vorher gemacht hast. Deine Normalität, sage ich mal. Deine Programmierung. Du wirst wieder diese Essensmuster entwickeln. Du wirst wieder genau diese Dinge tun, die du vorher vor der Diät gemacht hast, die dich dazu geführt haben, eben unzufrieden und speckig zu sein. Jetzt mal das mit harten Worten auszudrücken. Und ja, das ist in dem Moment ein kleines Problem. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass das, wenn du es mal auf den Zeitstrahl siehst und ich nehme mal an, du bist 35 und du hast jetzt das in dem letzten halben Jahr geschafft, in Form zu kommen. Aber davor liegen 34 Jahre, wo du geglaubt hast, dass du das nicht schaffst und wo du dich darüber identifiziert hast, dass du emotionales Essen hast, dass du mit Süßigkeiten nicht umgehen kannst, dass du bei Stress viel essen kannst, dass du nicht in diese Form kommst, dass du hart dafür arbeiten musst, diese Form zu bekommen, dass du ganz viel Sport machen musst, dass du bei wenig Kalorien viel zunimmst und so weiter und so fort und dass du es viel härter hast als die anderen. Das war deine Identität und jetzt hast du da hart dafür gearbeitet, dass du in Form kommst, du hast es erkannt, aber du identifizierst dich immer noch mit dem, was du 34 Jahre lang warst. Das heißt, du darfst jetzt nicht vergessen, dass deine Erinnerung eine größere Schwere hat von den 34 Jahren im Vergleich zu den 6 Monaten, die dir jetzt vielleicht auch geholfen haben. Aber du kannst das beibehalten und du kannst es verändern. Deswegen ist es wichtig, dass du dir auch schon vor Abschluss deiner Diät und bei meine Power Girls kriegen meistens dann schon eine Lektion in den letzten zwei Diätwochen von mir zugeschickt in der App. Lektionen sind so kleine Videoaufgaben und mit Wissen vermittelt mit dem Thema Wer bist du nach deiner Diät? Und das ist mir wichtig, das schon an diesem Zeitpunkt so kurz vor dem Ziel mitzugeben, weil du dir ein Ziel setzen darfst nach deinem Ziel, weil du dir Gedanken machen darfst und sollst, wenn es dein Ziel ist, diese Form zu halten. Wer willst du nach deiner Diät sein? Wie sind deine Essverhalten, deine Gewohnheiten, deine Routinen nach einer Diät? Denn ohne dieses Ziel und ohne dieses Warum ist es ganz schwer, das zu halten, weil du dann in diese körperlichen Erscheinungen, die ich am Anfang der Folge dir erklärt habe, die werden dich steuern. Und wenn du dir keine Gedanken darüber gemacht hast, erst mal, dass die da auftreten und zweitens, wie du damit umgehen willst, dann wirst du höchstwahrscheinlich ein paar Dinge machen, die du bereuen wirst. Das heißt, mach dir vorher Gedanken und überleg dir mal wirklich diese drei Fragen, die ich dir jetzt stelle. Und du hast jetzt deine Form erreicht. Das heißt, du bist jetzt die Person, nicht die 15 Kilo verloren hat, sondern du bist die Person, die 65 Kilo wiegt, der einen trainierten Körper hat, der ein strukturiertes Essverhalten. Okay, du vergisst, wer du davor warst und überlegst dir, wer ist diese Person, die diesen schlanken, trainierten, definierten, muskulösen Körper hat. Wie würdest du dich fühlen? Zweite Frage. Und dritte Frage, was sind deine Daily Habits? Also, wer würdest du sein? Wie würdest du dich fühlen? Und was sind deine Daily Habits? Was würdest du tun? Und diese drei Fragen, dir einmal zu beantworten, ohne viel darüber nachzudenken, wer du vorher warst, sondern wer ist diese Person? Und dir das einmal zu beantworten und auch mit diesem Gefühl, wie fühlst du dich? Ich fühle mich leicht, ich fühle mich geil, ich fühle mich sexy, ich fühle mich selbstbewusst, ich fühle mich diszipliniert. Ja, all diese Sachen, ich fühle mich stolz, die inkludierst du damit. Warum Emotionen dafür wichtig sind, dazu komme ich nachher noch. Aber das sind so diese drei Fragen, die du dir stellen darfst. Und du denkst dir jetzt vielleicht auch, aber warum muss es dann so schwer sein? Warum muss ich mir so viele Gedanken machen, diese Form zu halten? Und ich habe mal vor ein paar Wochen gesagt, Disziplin creates freedom. Ja, du möchtest mit Leichtigkeit diese Form halten. Aber um dort hinzukommen, brauchst du die Disziplin, um da hinzukommen. Ja, die Idee, die du absolviert hast. Aber du brauchst auch die gedankliche Disziplin, um dir vorher zu überlegen, wer du denn sein möchtest. Weil du identifizierst dich mit diesem anderen Ich. Und um etwas Neues zu erschaffen, brauchst du neue Gedanken, neue Verhaltensmuster. Ja, um neue Ergebnisse zu produzieren, brauchen wir neue Gedanken. Und wenn wir uns keine Gedanken machen, dann haben wir die alten Gedanken, die wir eh die ganze Zeit mit uns rumtragen. Die sind in unserem Unterbewusstsein gespeichert, dafür brauchst du nichts machen. Ja, das ist, der Prozess ist abgeschlossen. Aber um dein Unterbewusstsein neu zu programmieren, musst du dir Gedanken machen. Darfst du dir Gedanken machen. Und das ist das Geile. Wir können bestimmen, wer wir sein wollen. Aber diese Zeit investierst du und diesen Gedankenschmalz, den investierst du. Ja, du kruierst hiermit quasi deine neue Identität. Und wenn du das lange, lange, lange übst, nicht nur diese sechs Monate Diät, sondern du hast diesen Lifestyle dann, stell dir mal vor, ein, zwei Jahre. Dann funktioniert das mit Leichtigkeit. Ja, aber das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Und du darfst nicht die Vorstellung haben, oh, jetzt esse ich intuitiv und jetzt esse ich mit Leichtigkeit, wenn es davor so lange anders war. Dafür brauchst du Disziplinien und die kreiert deine Freiheit. Und du kreierst deine neue Identität. Und dafür brauchst du das Bewusstsein über Verhaltensmuster, die du vorher hattest, die dich nicht weitergebracht haben. Und du brauchst ein Bewusstsein über Verhaltensmuster, die du aus der Diät vielleicht mitgenommen hast, die du beibehalten möchtest, die dir geholfen haben. Ja, ich sage jetzt zum Beispiel Meal Prep. Ja, nur weil du jetzt nicht mehr im Kaloriendefizit bist, heißt es nicht, dass du auf einmal wieder alles to go und auswärts essen musst, sondern das sind Sachen, die dir geholfen haben, dich wohler zu fühlen, eine gute Verdauung zu haben, weniger Wasser zu ziehen, deinem Körper immer wieder Nahrung zu geben, um Heißhungerattacken vorzubeugen. Ja, du hast vielleicht gelernt, mit Hunger umzugehen und das sage ich auch gleich, auch in einem Aufbau oder in einer Erhaltungsphase darfst du hungrig sein. Das ist nicht nur etwas, was in der Diät vorkommt, sondern das sind auch Dinge, die habe ich auch im Aufbau. Ich habe auch im Aufbau Hunger. Das ist ganz normal. Wir haben Angst davor als Menschen, aber Hunger gehört dazu und der wird dich nicht umbringen. Ja, zumindest wahrscheinlich hier in diesem Land, nicht in diesen Lebensvoraussetzungen, die wir hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz haben. Darf man immer nicht vergessen. Und jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Ich habe über Hunger gesprochen. Ah ja, Meal Prep, Hunger, jetzt bin ich wieder da. Du hast dir vielleicht ein Power Girl Coaching, schreiben sich die Power Girls morgens auf, wer sie sein wollen, was auch das Ziel ist. Auch diese Dinge sind welche, die dir weiterhelfen. Also Journalen, meinetwegen, Dankbarkeitsbuche und dir wirklich zu überlegen, wer möchte ich heute sein, was ist mein Ziel. Ja, Schlaf, ganz dolle wichtig. Das ist etwas, womit ich mit jedem Power Girl dran arbeite oder wir mit jedem Power Girl dran arbeiten, gesunde Schlafroutinen zu entwickeln, weil wann passieren dir die Heißhungerattacken in der Regel. Abends. Und warum? Weil du müde bist. Ja, wenn du es schaffst, im Tag oder generell eine Routine im Schlaf zu entwickeln, die dich dazu bringt, auch am Ende des Tages noch relativ klar zu sein und nicht schon völlig übermüdet zu sein, dann wirst du auch dort weniger Heißhungerattacken haben. Wenn du besser schläfst, hast du über den Tag weniger Hunger. Wenn du besser schläfst, kannst du besser bewusste neue Entscheidungen treffen. Wenn wir müde sind, mit Müdigkeit neue Gedanken zu formen, funktioniert nicht. Du funktionierst dann auf deinem Programm. Dein Gehirn ist dann im Fight-or-Flight-Mode und ist nicht mehr in der Lage, Gedanken zu kreieren oder bewusste Entscheidungen zu treffen, zu inhibieren. Ja, Inhibition ist ein Teil der exekutiven Funktion. Wenn du müde bist, ist dein Gehirn dafür nicht mehr in der Lage. Dann machst du die Komfortzone, dann machst du dein altes Programm, dann machst du okay, kompensier Stress mit Essen. Ja, und vielleicht auch, wenn du unterwegs bist, dich vorzubereiten, dir schon einen Plan zu machen, wenn meine Powergirls unterwegs sind, sagen, ich bin jetzt auf Dienstreise oder ich bin mit meinem Freund übers Wochenende weg, wie mache ich das jetzt mit der Ernährung, dann sage ich denen meistens vorher, okay, was ist dein Plan, wie willst du es angehen, wie möchtest du wieder zurückkommen? Also zuerst, wie möchtest du wieder zurückkommen und wie schaffst du das, das zu erreichen? Ja, ja, okay, du fährst nicht mehr einfach kopflos in den Urlaub, aber du machst dir vorher Gedanken und du bist vorbereitet und das hilft dir dabei, einfach dann auch zurückzukommen mit demselben Gewicht, mit einer richtig geilen Erinnerung, mit keinem schlechten Gewissen und stolz auf dich, kommst du zurück. Stolz auf dich und das wollen wir doch alle am Ende des Tages stolz auf uns sein und diesen Körper, den du dir erwirtschaftest, der ein Ergebnis harte Arbeit ist, den kannst du dir gerade als Frau in drei, vier Tagen mal gönnen, schnell kaputt machen und damit machst du dir nicht nur die Arbeit von der letzten Woche, sondern vielleicht von drei, vier Wochen kaputt, und das kann auch mal vorkommen, davon geht die Welt nicht unter, aber um dem vorzubeugen, macht es Sinn, sich davor Gedanken zu machen. War auch eine interessante Story von einem Powergirl, hat es die Diät auch sehr, sehr, sehr gut gemeistert, war jetzt unterwegs, meinte mal, ich war das erste Mal unterwegs, habe mich vorher nicht vorbereitet, ich habe mir nicht überlegt, wie ich nach Hause kommen möchte und ja, ich habe sehr viel to go gegessen und ich fühle mich richtig schlecht damit, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Wasser gezogen, ich habe Dinge gegessen, auf die ich nicht stolz bin und nächstes Mal mache ich mir wieder Gedanken und da habe ich gesagt, ja, das ist so, das würde bei mir auch wahrscheinlich so sein, wenn ich mir da vorher keine Gedanken machen würde, immer noch, nach Jahren, wo ich mir, wo ich mir wirklich viel mit meiner Persönlichkeit beschäftige, aber diese fünf Minuten, denen du dir überlegst, was deine, was dein Ziel und deine Strategie ist, die sind die, die am Ende wirklich lange was ausmachen und die dich auch eben weiterbringen, ja, und das sind auch Sachen, die ich für mich immer noch umsetze oder die ich für mich auch beibehalte und auch in solchen Dingen immer wieder zu schauen, okay, wenn ich jetzt in einem Stressmodus zum Beispiel bin und auch wenn man unterwegs ist oder im Urlaub, kann es sein, dass man sich Stress macht, immer wieder mit sich einzuchecken und zu überlegen, wer möchte ich sein und auch in Bezug auf mein Training und mein Körper oder mein Essverhalten, was sind jetzt Dinge, die förderlich für mein Ziel sind, ja, was mache ich als Athletin oder als Sportlerin oder als durchtrainierte Frau, was sind da die Hevits, die ich jetzt habe, und ja, das ist das, was dich am Ende stabilisiert oder deine Form auch stabilisiert, das ist Arbeit, aber das ist auch ein geiles Ergebnis, was man davon hat, ja, und da war immer wieder zu verstehen, dass du jetzt nicht mehr die Person bist, die du damals warst, sondern du bist jetzt ein Upgrade dieser Persönlichkeit, diese, deine Vergangenheit hat dir Learnings mitgegeben, Dinge, die du nicht mehr sein möchtest, das lässt du jetzt hinter dir und jetzt bist du dein Upgrade mit den neuen Gewohnheiten und vielleicht bist du jetzt nicht mehr in einem Kaloriendefizit, sondern in einer Maintenancephase oder im Aufbau, aber das heißt nicht, dass die gesunden Routinen, die du vorher aufgebaut hast, jetzt auf einmal vergessen werden, sondern dass du die weiterhin beibehältst, nur vielleicht mit ein bisschen mehr Flexibilität aber auch hier sei vorsichtig, dass es nicht ausufern, dass jetzt auf einmal alles super Flexibil ist, sondern dass du schon diese Dinge, die dir geholfen haben, beibehältst und da auch eine Form von Disziplin weiterhin beibehältst, weil das ist das, was dich in diese Form gebracht hat und das ist auch das, was deine Form halten wird und ich hatte gestern ein interessantes Abschlussgespräch, Abwärtsgespräch, Abschlussgespräch mit zwei Power Girls und das ist ein Pärchen und die sind, ich hoffe, sie hören die Folge, ich fand das so cool, weil die haben halt vorher vor dem Coaching, ich erinnere mich noch an den ersten Call, die hatten wirklich Habits im Gesundheitsbereich, sage ich mal, im gesamten Lifestyle, Schlaf war schwierig, ganz schwierig, tägliche Aktivität auch schwierig, Sport bei der einen vorhanden, bei der anderen eher weniger, Essen, furchtbar, sie hat mir gestern erzählt, sie sind morgens aufgestanden, Kaffee, Kippe und dann halt abends wieder gegessen und dann halt Fast Food und dann meinte sie, ja, aber das ist so geil, wenn ich einkaufen gehe, merke ich, dass ich ganz anders einkaufen gehe, an welchen Abteilungen ich länger Zeit verbringe, welche ich überhaupt gar nicht mehr betrete, Kellogg's gibt es nicht mehr, hat sie gesagt, obwohl es gibt auch Power Girl Rezepte mit Kellogg's, aber ja, also einfach viel bewussteres Einkaufsverhalten, anderer Kühlschrank und dann meinte sie, ja, weil mein Körper ist eine Maschine und ich will geiles Benzin für meine Maschine haben und das fand ich so geil, dieser Shift von ich behandle meinen Körper wie Shit zu mein Körper ist eine Maschine und ich brauche geiles Benzin und diesen Switch zu haben, der ist unabhängig davon, ob du jetzt auf Diät bist oder im Kaloriendefizit bist oder in einer Erhaltungsphase, weil das sind die Sachen, die dich wohlfühlen lassen, und das ist ja auch ein geiles Gefühl, wenn du eine gute Verdauung hast, ein gutes Körpergefühl nach einem Essen, nicht dich danach in, ja, Food Baby hast, ja, sag ich mal, oder morgens noch aufstehst mit einem vollen Magen, das ist ja kein geiles Gefühl, ja, und, ja, wie kannst du das jetzt für dich üben? Da habe ich eine Zauberformel für dich. Also, die Zauberformel ist, du brauchst ein visuelles Bild von dir, du brauchst eine, ich sage es immer wieder, Visualisierung ist das A und O. Du brauchst ein gedankliches, geistiges Bild, wer will ich sein? Wer ist diese Person? Stell dir vor, wie du aussiehst mit einem Sixpack nach deiner Diät, beim Auswärtsessen, meinetwegen, oder stell dir vor, stell dir einen Tagesablauf von dir vor, stell dir vor, wie du mit Freunden bist bei einer Grillparty, stell dir vor, wie du auf irgendeiner Veranstaltung bist, ja, und du brauchst den Kleber für dieses Bild, der Kleber ist eine Emotion, ja, du brauchst diese positiven Emotionen zu deinen gedanklichen Sachen, also visualisierst, morgens mein Ding, wer du sein möchtest, schon während deiner Diät, noch bevor du das Ganze abgeschlossen hast, und deine Daily Habits, und du fühlst richtig, wie fühlt sich das an, wo fühlst du dieses Selbstbewusstsein, diesen Stolz, diese Disziplin, aber trotzdem auch diese Freiheit, endlich auch, es ist auch Freiheit anzuziehen, was du möchtest, an den Strand zu gehen, dir nicht zu überlegen, oh, brauche ich heute dieses Oversized Shirt, sondern du gehst in deinen Schrank und denkst dir, oh, welchen knappen Bikini nehme ich heute mit, ja, das ist auch Freiheit, und dieses Gefühl zu üben, weil, warum brauchen wir die Emotionen, wir wollen das ja, wir wollen ja dein Unterbewusstsein neu programmieren, das heißt, wir brauchen neue Muster im Gehirn, neue Connections, die bestimmte Handlungen halt eben auch auslösen, und diese positiven Emotionen, die führen im Gehirn zu biochemischen Veränderungen, und diese biochemischen Veränderungen führen zur Gedächtnisbildung, und das soll ja bei dir eingespeichert werden, und es soll bei dir ganz fest verankert sein, wer du sein möchtest, und was deine Daily Habits sind, und das übst du damit, wenn du es wirklich dir vorstellst, wenn du ein klares Ziel, wirklich, ich will unbedingt, dass ich will, ich weiß, ich will diese Form behalten, und das bin ich jetzt, und das wirklich immer wieder dir vorzustellen, und auch in diese Gefühle reinzugehen, das ist das, was bleibt, und natürlich üben. Every day is training day. Auch nach einer Diät ist der Prozess nicht abgeschlossen, sondern auch das ist ein Training für die Person, die du sein möchtest, und dich Dingen auszusetzen, wie auswärts essen. Powergirl von mir war jetzt auf Dienstreise, und hat mich gefragt, Maya, wie wollen wir das machen? Ich bin von Mittwoch bis Sonntag auf Dienstreise, und sie hat davor schon jetzt Diät gemacht, und so weiter, also sie hat schon die ganzen Sachen, Meal Prep und so weiter drin, und dann meinte ich, du pass auf, du machst mal keinen Meal Prep, sondern du setzt dich mal dieser Situation aus, wir halten Rücksprache, und du guckst, wie es funktioniert. Und siehe da, sie wusste, wie sie zurückkommen möchte, sie hat sich so gedanklich, so ein bisschen strategisch überlegt, wie sie sich Essens verhalten möchte, und kam zurück, und alles war super. Es hat super geklappt, aber weil sie davor die Arbeit reingesteckt hat, und sich auch überlegt hat, wie es sein soll, und weil sie sich auch jetzt bewusst diesen Situationen aussetzt, und mit meiner Unterstützung, diesem Feedback, hilft es natürlich immer noch, die Entscheidungen anders zu treffen, beziehungsweise da auch Sicherheit und Support drinnen zu haben. Und sich dem auszusetzen, mal auswärts zu essen, mit Freunden auf einer Grillparty, und vielleicht mal einen Tag keinen Meal Prep zu haben, das hilft dir dabei auch einfach, diese Konfidenz zu bilden, diese Selbstsicherheit in deinen Ernährungsentscheidungen, und eben auch daraus vielleicht zu lernen, wie du dich auch damit fühlst, und vielleicht beim nächsten Mal zu sagen, oh, ja, war schon ganz gut, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen auswärts, aber nächstes Mal nehme ich mir trotzdem eine Mahlzeit mit, weil ich mich damit einfach besser fühle. Das ist absolut okay. Ja, das ist absolut in Ordnung, und das kannst du aber nur diese Learnings machen, wenn du es übst, und wenn du aber für dich eine Vorstellung hast, wer du sein möchtest, und das immer wieder durchgehst. Und ja, unser Gehirn lernt durch Wiederholung, 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 und diese neuronalen Netzwerke und das, was dich quasi dann eben ausmacht, das übst du auch, also diese Wiederholung bildest du auch durchs Visualisieren, und deine Gedanken kannst du steuern. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel heute, du bist jetzt aus der Diät raus, du hast dir Gedanken gemacht, wer möchtest du sein, und du hast heute deinen Tag durchlebt, dass du dir auch abends aufschreibst, welche Dinge für dich in der Ernährung, deinem Verhalten gut gelaufen sind, dass du auch hier wieder den Fokus darauf legst, was du willst, was gut gelaufen ist, und dass du was verändert hast, und dass du da auch wieder diese positiven Emotionen reinbringst, und das hilft dir auch über die Nachtperiode, weil dein Unterbewusstsein schläft nicht, das zu manifestieren und zu behalten, und umso länger, dass für dich immer wieder der Fokus darauf liegt, und du die Aufmerksamkeit darauf legst, und die Aufmerksamkeit auch auf diese positiven Emotionen, und wenn du was falsch gemacht hast, dann zu sagen, okay, gut, morgen ist ein neuer Tag, das will ich besser machen, gar nicht so dieses, oh, heute habe ich dann doch drei Eis mehr gegessen, sondern drei Eis, wow, das wäre schon ordentlich, aber du weißt, was ich meine, den Fokus wirklich auf das, was du geschafft hast, und besser machen möchtest, gleich in dieses, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neuer Tag, das mache ich besser, in dem Moment wird es für dich auch ein Selbstläufer, und das schreibt deine neue Identität, und gerade auch so dieser Connect mit den Emotionen, und am Abend und am Morgen dir das vorzustellen, wo dein Unterbewusstsein noch sehr suggestibel ist, das manifestiert deine neue Identität, und das funktioniert über die Zeit, und das hilft dir dann eben auch, diese Leichtigkeit in den Prozess zu bringen, weil das dein neues Programm wird, aber um dieses neue Programm zu schreiben, musst du dir Gedanken machen, darfst du dir Gedanken machen, darfst du deine Gedanken neu auswählen, und darfst du das auch gedanklich üben, und ich habe jetzt überlegt, zum Beispiel auch in der Vorbereitung auf den Podcast, wann war bei mir so das letzte Binge-Eating, oder auch so Sachen, wo ich so völlig aus dem Muster gefallen bin von Ernährung, und das liegt jetzt mittlerweile schon sehr, 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 sehr lange zurück, und mittlerweile kann ich mich darüber identifizieren, eine disziplinierte Person zu sein, mein Papa zum Beispiel, meine Eltern haben mich besucht hier in Wien, und mein Papa meinte auch, ja, du bist immer so super diszipliniert geworden, und mittlerweile kann ich mich damit identifizieren, aber hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, wie diszipliniert ich mich in meiner Ernährung fühle, wäre das nicht, hätte ich nein gesagt, und das meine ich, dass umso länger du das praktizierst und dich darauf fokussierst, wer du sein möchtest, und was du auch schon kannst in diesem Prozess, identifizierst du dich mehr über dein neues Upgrade. Das bedarf Zeit, das bedarf Mindset-Arbeit, das bedarf körperliche Arbeit, natürlich, du musst schon die Action-Steps tun, aber das kann deine neue Persönlichkeit werden, und das schaffst du, schaffst du genauso wie ich, ja. Und, ja, um das einmal zusammenzufassen nochmal, der Grund, warum es für die meisten schwer ist, nach einer Diät die Form zu halten, das Gewicht zu halten, das sind eben diese körperlichen Erscheinungen am Ende deiner Diät und das Selbstbild, was du immer noch aus der Vergangenheit hast. Und um das neu zu manifestieren oder um eine neue Identität zu haben, die trainierte Person, die du sein möchtest, die muskulös ausschauende Person, brauchst du ein klares Ziel, wer du sein möchtest. Ja, wer möchtest du sein? Es sollte für dich ein klares Ziel mit einem klaren Warum sein. Und das Warum muss wichtig für dich sein. Wenn es nicht ist, dann wirst du nichts ändern. Es muss für dich wichtig sein. Und ganz wichtig, dass du verstehst, dein Prozess ist mit einer Diät nicht abgeschlossen. Mit dem Ende einer Diät ist der Prozess nicht abgeschlossen, sondern der geht weiter. Und das ist geil, weil du hast immer die Chance, dich zu verändern. Und ja, that's it. Und ich möchte dir noch was sagen und dir etwas anbieten, denn wir haben noch sieben freie Plätze im Power Girl Coaching für den Mai. Und wenn du jetzt bis Sommer noch in Form kommen möchtest, dann würde ich dir sehr empfehlen, jetzt zu starten, dich bei mir zu melden oder bei der Kate zu melden auf Instagram findest du mich unter admire.powergirl und du findest die Website unter www.powergirlcoaching.de Und wir können bis zum Sommer dich in Form bringen, aber auch dafür sorgen, dass du diese Form bis Weihnachten halten kannst. Lass uns das zu deiner Challenge machen, also wirklich diese geile Sommerform bis Weihnachten noch zu halten, weil das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen nicht nur diese Short-Term-Diät, sondern wir wollen auch wirklich wirklich was verändern und diese Form eben auch halten können und am Ende auch mit Leichtigkeit halten können. Und da bist du genau richtig im Power Girl Coaching, weil wir dich da nicht nur mit dem Training und der Ernährung unterstützen, sondern wirklich auch langfristig nachhaltig an deinem Mindset was verändern. Und so, dass du es verstehst und dass das irgendwann für dich, und ich nehme es gestern aus dem Feedback-Gespräch mit, ein Autopilot ist, dass Meal Prep eine gesunde Ernährung, ein geiles Training für dich, ein Autopilot ist und dein Körper ist eine Maschine und du dir ein geiles Benzin bringst. Und yes. Danke fürs Zuhören. Lass dem Podcast gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. folgt mir auf Spotify und auf YouTube. Der Kanal ist Maya Brennecke und da gibt es die Videos zu dem Podcast. Und ja, ich wünsche dir ein geiles Training. und ich wünsche dir ein Geiles Training. und ich wünsche dir ein Geiles Training. Vielen Dank.